Ach, Montanas Black Honto wurde gefandet? Oh mein Gott, okay, das Video meintet ihr. Ich habe mit Monte letztens geschrieben, Monte ging es letztens nicht so gut, ich will jetzt nicht so sehr darauf eingehen und so, aber die Leute, die Monte Zuschauer sind, die wissen es und ich habe mit Monte halt darüber geschrieben und so und er hat mir halt geantwortet, dass es ihm auf jeden Fall wieder besser geht und alles. Ich kann euch ganz kurz den Anfang hier von einblenden, also ich habe mir Monte auf WhatsApp geschrieben und er hat halt gesagt, die letzten Tage ging es ihm wieder gut. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die letzten Tage ging es bestimmt ganz gut. Und zwar, ich will nicht zu dem Detail gehen, das ist ja privat und ich habe mir einfach nur Sorgen gemacht um ihn und ich wollte wissen, ob es ihm gut geht. Er hat mir halt dann geschrieben, also er hat mir geantwortet, dass es ihm wieder gut geht, habe ich gesagt, freue ich mich, bla bla bla. Und jetzt, wenn sowas passiert ist, Tatverlust wegen Geld, welche und Waffen und Glücksspiel, das ist natürlich so eine Sache, also die Sache ist, ich weiß, dass nicht jeder Monte mag. Monte ist so eine Person für sich. Es muss auch nicht jeder Monte mögen, aber Monte ist ein Freund von mir einfach, also ich mag ihn. Ich mag ihn einfach als Person gerne, ich habe ihn ja persönlich kennengelernt und auch wenn ich nicht alles, was er macht, gut finde, also ich fand zum Beispiel das Glücksspiel, dass er Glücksspiel zum Beispiel Streams gemacht hat, fand ich auch nicht so mega gut, aber es ist, ich möchte mich da nicht so richtig einmischen. Ich sage meine Meinung dazu, aber ich möchte mich da nicht einmischen, es ist sein Ding, ja, wenn er dafür dann eben Probleme bekommt, okay, aber dass dann sowas passiert wie Kontogefährdienste und so, ich kann mir vorstellen, dass es ihm wieder nicht so gut geht. Ich hoffe, es zieht ihn nicht zu sehr runter. Ich mache mir halt um Monte ein bisschen Sorgen in letzter Zeit, das wollte ich einfach nur sagen, weil er ist, ich will es jetzt nicht negativ ausdrücken, aber Monte hat in letzter Zeit extrem Hype gehabt, ja, und damit muss man erstmal lernen umzugehen, ja, weil Monte hat auf Twitter viele Rekorde gebrochen und so und die Sache ist, er wird auch viel beleidigt, so zum Beispiel, er hat auf Twitter sehr viel angeeckt, dann dieses Glücksspiel, da wurde er von ganz vielen YouTubern auch beleidigt oder von Streamern wurde er auch so und das ist noch nicht, nicht jeder kann damit so gut umgehen, sage ich mal und ich habe mir einfach ein bisschen Sorgen gemacht, aber ihm geht es auf jeden Fall wieder besser. Ich möchte einfach nur, dass Monte nicht sich zu sehr stresst, weil es ist nicht einfach in so einer Situation zu sein. Ihr denkt vielleicht, ja, Monte verdient gutes Geld und alles und das ist eine super geile Situation, aber ihr müsst euch überlegen, dass er in der Öffentlichkeit steht vor vielen, vielen tausend Leuten und dass er auch dadurch eben auch Privatprobleme bekommt, wie zum Beispiel hier, dass Leute ihn anzeigen bei der Polizei und solche Sachen und es ist nicht immer so einfach, wie es nach außen scheint, ja, also deswegen, alle Leute, die jetzt gerade von euch da sind und Monte-Zuschauer sind, nehmen vielleicht manchmal ein bisschen Rücksicht, so, es ist auch nicht immer alles leicht, ja, ich kann es aus eigener Erfahrung sprechen, let's go. Das Konto von dem YouTuber und Livestreamer Montana Black wurde von der Staatsanwaltschaft gefandet. Nun stellt sich die Frage, warum gab es eine Kontofendung? Die Kontofendungshöhe soll 90.000 Euro betragen haben. Nun muss man sich die aktuellen Ermittlungen anschauen und hier wird man eben deutlich schlauer. Laut der Staatsanwaltschaft wird gegen Montana Black wegen unerlaubtem Glücksspiel, Geldwäsche sowie Verstoße gegen das Waffengesetz ermittelt. Okay, das verwundert mich aber sehr, weil so wie ich das mitbekommen hatte, war doch das Glücksspiel-Ding, wurde doch eingestellt. Erstmal, sorry, dass ich im Vorfeld so viel gelabert habe, weil bei Monte, da bin ich ein bisschen emotional, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen um den Boy. So, aber das Glücksspiel-Ding wurde doch eingestellt, so wie ich das, also er hat doch dann aufgehört mit dem ganzen Glücksspiel, hat doch dann alles sein gelassen, hat doch seinen Vertrag, meine Palingo, nicht gemacht und so wie ich das verstanden hatte, wurde das alles eingestellt. Warum wird jetzt wegen Glücksspiel ermittelt? Ich verstehe es nicht. Denn die Vermutung der Ermittler ist, dass es sich bei diesem Geld um zu Unrecht erworbenes Geld aus seinem öffentlichen Casino-Spiel handeln könnte. Man geht hier sogar von einem, wie es heißt, Zitat, dringenden Tatverdacht aus. In der Vergangenheit hat Montana Black für Aufsehen, aber auch für viel Kritik gesorgt, weil er eben Online-Casinos auf seinem Twitch-Kanal gestreamt hatte. Natürlich kann ich verstehen, das ist Kritik, ich bin ja auch, wie gesagt, kein Fan davon, aber es machen sehr, sehr viele Streamer, haben sehr viele Streamer gemacht. Natürlich, Monte hat natürlich extrem einen auf den Deckel bekommen, weil Monte ist einer der größten Streamer oder der größte Streamer auf Twitch und dadurch ist natürlich er auch direkt so von allen Seiten so extrem angegangen worden. Das finde ich ein bisschen schade, weil so, er ist immer noch ein Mensch dahinter, weißt du? Mir gegenüber hatte seinerzeit Montana Black mitgeteilt, dass es sich jedenfalls nicht um Steuern oder Drogen handelt. Jetzt sind wir jedenfalls deutlich schlauer, also der Verdacht liegt im Raum wegen unerlaubtem Glücksspiel, wegen Geldwäsche und Verstoß gegen das Waffengesetz. Also das ist ein ziemlicher Katalog, der ihm da vorgeworfen wird, das muss man so sagen. Und noch dazu eben die Kontofendung mit 90.000 Euro, wo es eben auch diesen dringenden Tatverdacht, wie es heißt, gibt, dass es sich hierbei um Gelder aus unerlaubtem Glücksspiel handeln könnte. Also auf jeden Fall kommt es hier richtig knüppeldicke für Montana Black. Also ich werde euch hierzu weiterhin auf dem Laufen halten. Wenn es etwas Neues gibt, werdet ihr es auch hier erfahren. Ich verweise auch nochmal ausdrücklich auf den Link der Osnabrücker Zeitung, die hier einen tollen Job machen. Der Link befindet sich unten in der Videobeschreibung. Okay, ich gucke mal ganz kurz auch mal diesen Ausschnitt aus der Zeitung an. Staatsanwalt lässt Konto von YouTuber fänden, das ist dieses NOZ. Wir gucken mal ganz kurz diesen, wir gucken mal ganz kurz diesen, ähm, von wann ist der eigentlich? Der ist vom 24.1., der ist von heute. Leute, oh nein, oh nein, ey Leute. Oh Mann. Ich mache mir einfach Sorgen, weil es ist einfach für eine Person ein bisschen viel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Monte sich vielleicht ein bisschen erdrückt fühlt von dem ganzen Stress. Oh je, wenn doch jetzt sein Konto gefändet wird, Alter, das ist so stressig. Okay, wir schauen mal kurz rein. Buxte Hude. Auf der Videoplattform, auf der Videoplattform YouTube und Twitch zählt Montan Black zu den Stars der Szene. Das liegt auch an seinem Badboy-Image, mit dem er sich dort vermarktet. Doch kürzlich bekam er Besuch von der Polizei. Nach einer Hausdurchsuchung hat er die Staatsanwaltschaft mehrere 10.000 Euro eingezogen. Zudem stehen weitere Vorwürfe im Raum. Eine Hausdurchsuchung passiert mal, ihm gehe es gut. Seine Rolle als Entfant, okay, ich weiß gar nicht, wie man das Wort ausspricht, Entfant, ist es ein französisches Wort, Entfant, Entfant, Ah, Entfant Terrible, der Entfant Terrible, oder Terrible, I don't know. Jemand, der gegen die geltenden gesellschaftlichen Regeln verstößt. Sorry, dass ich mich mit diesem Fremdwort nicht auskenne. Ich habe es kurz gegoogelt. Der deutschen YouTube- und Twitch-Szene spielt Deutschlands größtes Streamer Montaner Black, auch im Angesicht strafrechtlicher Ermittlungen, durchaus überzeugend. Okay, boah, Hausdurchsuchung Montaner Black. Sollen wir uns das noch angucken? Findet ihr das interessantes Thema? Sollen wir uns das noch angucken von richtiger Kevin? Das ist einer von seinen beiden Uploadern, der hat ja die Crew und richtiger Kevin. Okay, wir gucken mal ganz kurz, ja, wir gucken mal rein. Okay, das ist auf jeden Fall hier verlinkt. Ich gucke mal ganz kurz noch das Fazit an, dass viele Kinder und Jugendliche durch ihn erst das Thema Glücksspiel und somit eine potenzielle Spielsucht herangeführt werden, stört ihn übrigens nicht. Ich bin nicht dafür verantwortlich, ob jemand seinen Mordslohn oder whatever verzockt, sagt er im Interview mit dem YouTuber Herndewstime. Ah, es ist schwierig. Monta ist auch nicht unbedingt für seine, dafür, dass er immer die richtigen Worte findet, bekannt. Okay, wir schauen mal rein. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt, soll ich jetzt kurz was zum Thema sagen, was aktuell ist? Ja, fangen wir einfach mal, also ich kann nicht viel sagen, da ist Jim Chat. Okay. Kann er nicht viel sagen. Ja, der eine oder andere hat von euch mitbekommen, dass bei mir eine Hausdurchsuchung war, zu einer für mich nicht menschlichen Zeit, nämlich um halb neun Uhr morgens. Meine Klingel war ausgestellt und ich habe nichts gehört, bis dann irgendwann dieses Geräusch kam, ich will jetzt nicht auf meinen Schreibtisch schauen, weil dann die Felskern wieder verrutscht. So ein Geräusch dann kam. Aufwachen! Boah, es ist, sowas ist echt belastend. Ich kann mich da hineinversetzen. Ich hatte zwar noch keine Hausdurchsuchung selber, zum Glück, aber wenn jemand in deine Wohnung eindringt, so, es ist einfach kein schönes Gefühl. Auch wenn es die Staatsgewalt ist, sozusagen. Zwei Polizisten und zwei Polizistinnen und eine Dame von der Stadt Burgstuhl waren da, also insgesamt fünf Leute. Ganz kurz an meine Moderatoren, falls jetzt hier irgendwelche Leute irgendwelche Hasssprache gegen die Polizei reinposten, dann die Leute bitte weg timeouten. Ja, die Polizei war da und hat meine Wohnung durchsucht. Was soll ich da groß zu sagen, Digga? Das kann sich ja jeder darunter vorstellen, was das dann ist, ne? Also eine Hausdurchsuchung ist eine Hausdurchsuchung. Egal ob ich YouTuber bin oder nicht, eine Hausdurchsuchung ist beim YouTuber eine Hausdurchsuchung und auch beim Otto Normalverbraucher oder beim Superproponenten. Das ist ja scheißegal. Nach einer kurzen kleinen Auseinandersetzung mit einem der Polizisten, ja, war eigentlich alles relativ entspannt. Ich hatte mich mit einem Polizisten, der aber wirklich korrekt war, kurz einmal in den Haaren gehabt für einen ganz kurzen Moment, weil, ja, so bin ich halt. Weil wir waren hier, standen hier genau im Zockerzimmer, dann wollte er das Licht anmachen. Ja, dann habe ich das Licht wieder ausgemacht, er wollte das Licht wieder anmachen, dann haben wir uns so ein bisschen an den Händen so ein bisschen hin und her gezogen oder whatever. Gar nicht, weil ich irgendwie frech werden wollte, aber ich wollte, dass das Licht ausbleibt, weil meine Fische schlafen. Lol, okay, das finde ich aber schon wieder sympathisch, dass er das Licht wegen den Fischen ausmacht. Bruder, da bin ich aber auch dann eisern, weil, Digga, wenn meine Fische schlafen, dann schlafen sie so. Ja, ich fand es halt nicht gut, dass er das Licht angemacht hat. Dann haben wir uns aber, also ich muss eins sagen, ich kann euch nicht sagen, weswegen waren sie hier, haben sie was mitgenommen, haben sie nicht was mitgenommen. Da kann ich nicht groß drauf eingehen, weil das, wie gesagt, alles am Laufen ist. Ich kann nur eins sagen, die Kollegen und die Kolleginnen, die hier bei mir in der Wohnung waren, waren alle super korrekt zu mir. Okay, das ist ja das Wichtigste. Aber ich vermute mal, also jetzt mal als Außenstehender würde ich denken, dass das schon was mitgenommen wurde, weil wenn er, wenn nichts mitgenommen würde, dann dürfte er ja nichts dazu sagen. Weil dann wäre es auch kein laufendes Verfahren, oder? Wenn nichts mitgenommen wird, aber wenn was mitgenommen wird, dann darf man halt nichts dazu sagen, oder? Vielleicht, vielleicht, I don't know. Ich weiß nicht, aber ja, ich hoffe einfach mal, dass da alles sich beruhigt. Schade natürlich, dass er jetzt hier wieder mit so etwas Negativen in den Medien steht. Der hat ja in der letzten Zeit genug gestresst. Ja, aber ein sehr interessantes Thema. Also es ist nichts, man darf das auch noch nicht drüber sagen. Es ist noch ein laufendes Verfahren. Und ja, es ist jetzt halt gerade ein Beitrag von der Osnabrücker Zeitung gekommen, dass er eben wegen Geldwäsche, Waffen und Glücksspiel handelt für ein laufendes Verfahren. Dringender Tatverdacht. Das ist aber schon heftig. Geldwäsche, Waffen und Glücksspiel? Okay. Das ist aber schon heftig.